Ich habe dich hier über die Gruppen einladen. Ah, da! Gut, also ich lade dich ab sofort immer über Steam ein. Aber mir ist gerade eingefallen, das letzte Mal habe ich dich dann am Ende über Steam eingeladen und da ging's. Ja. Oh, ich habe heute unseren Sodastream mit Wassermelonensirup ausprobiert. Kennst du noch die Blauermelone? Ja. So ähnlich. Wer nah dran? Also ich habe das Original hier. Dieser Connected. Ja, ich habe dich aber noch nicht in meiner Gruppe. Boah. Also ich, bei mir stehen jetzt auch nur unten dieser Connected. Ich habe dich auch noch nicht an der Seite. Ne, an der Seite, aber es lädt auch irgendwas, also. Ah, jetzt. Akzeptieren. Ah ja, da ist er. Da ploppt sie auf. Ne, jetzt. Jetzt sind wir in einer Gruppe. Du hast auch ein Ausrufezeichen. Und, äh, sieht aus, als wenn jemand wach wird. Tadaa! Tadaa! Halt! Ich kann aber noch nicht, ich kann nicht laufen. Äh, du musst wieder zurück ins Spiel klicken. Ich kann mal sehen, dass du jetzt beim Streamlabs irgendwas geklickert hast. Ja, bei mir wird jemand wach. Ich gucke mal kurz, ob mein Männle noch in der Stube ist. Dann können die wenigstens... Ich höre hier noch nicht draußen. Ne, ich bin im Spiel. Ich schreibe ja hier unten im Chat was. Ja, ähm, würdest du die kleine bitte mal, äh, wenigstens frisch machen und dann hersetzen? Okay, gut, danke. Also im Chat kann ich was schreiben, in diesem, ähm, Ingame-Chat, aber... Ja, ich leh die Punkte bei dir. Mhm. Ich rüste mal hier was aus. Jetzt geht's. Ich musste noch was ausrüsten. Ohne Werkzeug kannst du nicht laufen. Das geht nicht. Genau. Genau so sieht's aus. So, ich begrüße auch die Elisa nochmal. Ja, könnte man nochmal irgendwas craften? Craften? Ich glaube, da braucht jemand, da hast du ne Wundenburg Bank, oder? Mhm. Ich hab deine Tür. Was tust du? Pack die wieder hin. Ja, pack ich. Ah ja, da Wundenburg Bank, also hier ist Erfinder-Werk Bank. Pack ich. Hast du gerade einen Erfinder-Tisch gebaut? Ich schätze deine Überlebenschancen sind gerade... So schnell kann doch kein Schwein lesen! Hallo, Kuno! Was? Bei mir nicht? Das nehm ich mir übel. Ich seh grad, wie du die baust. Ich glaube, er hat bei mir nochmal kurz reingeguckt. Er wird bei dir gleich wieder zugucken. Äh, wo pack ich den hin? Soll ich die Maschine wieder abbauen? Vielleicht? Von mir aus? Ich kann hier aber keine Kiste bauen. Ich will ne Kiste! Hölzer-Werkbank. Die brauch ich wahrscheinlich. Er hat nur zwei Augen und ein Handy. Ich habe Computer, Handy, noch ein Computer, noch ein Laptop. Also ich kann mindestens vier... und noch zwei Handys. Ich kann mindestens sechs, sieben Leuten zugucken. So. Nein, Spaß. Ist ja alles gut. Ähm... Wieso hab ich denn die jetzt? War es die Werkbank? Ne, dann... Ach, weiß ich nicht! Setz sie mal ab, ich baue sie ab. Das sind Männer. Ich geh mal kurz zu mir und baue die bei mir auf. Ich bin nicht so reich wie du. Als wenn ich reich bin. Süß. Oh, der Papa kommt nicht. Das ist nicht die... Ich will ne Truhe. Ich will ne Chest. Das sind nur Holzkisten. Kupferkbarren. Wir hatten schon Kupferkbarren. Hallo? Ich will ne Truhe und kein... Aber die findest ja wieder nur die Truhen, hm? Wo ist die denn jetzt hin? Weg. Ach, das könnte ich mal. Was? Nein! Quatsch! Ah, Mensch! Quatsch! Ich will mein Inventor! Nein! Was war denn Inventor? Wie? Ja. Da musst du übelst weit... Hallo Kuno! Jetzt ist er da! Da musst du immer übelst weit klickern. Er sagt mir jetzt Hallo und fährt dann einkaufen. Viel Spaß beim Einkaufen in der heutigen Zeit. Genau. Ich habe gerade ein Problem. Ich will hier eine Blume hinbauen und ich kann sie nicht bauen. Diese Katze. Deine Katze? Ja! Ja! Die läuft mir die ganze Zeit hinterher! Alles gut. Ich habe jetzt mal hier ne Kiste hingestellt, damit ich hier was ablegen kann. Ja. Ach, da ist sie ja. Sehr gut. 16 Plätze. Da wird das halt so unpraktisch. Und was braucht sie hier oben? Die hat auch nur 16 Plätze. So, was pack mich denn da jetzt rein? Da packe ich jetzt noch hier Gesetzlinge rein. Ne, die brauche ich. Ich habe einen Tisch, eine Öllampe, zwei Zelte, eine Kiste, 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 eine Kiste. Noch ein Zelt. Ein Rohrzaun. Eine Metallkiste mit 16 Items. Ja. Möchtest du die haben? Ja, habe ich auch. Achso, ich dachte. Die habe ich hier gerade in die Kiste gepackt, in die Holzkiste. Du hast in eine Holzkiste eine Metallkiste gepackt. Ja, und zwei, und drei Holzkisten. Ich packe einfach mal alles rein, was ich gerade nicht brauche. Ich habe eine Holzkouch. Kann man Essen machen, oder? Doch, Blumen fliegen in der Luft. Natürlich fliegen die in der Luft. Hallo? Was machst du schon hier? Ne, ich hatte gerade meine Blume in meinem Schiff, wollte ich die platzieren. Natürlich fliegen die in der Luft. Das war so ein 3D-Effekt, das hat man bloß nicht gelesen. Dann habe ich noch eine Maschine, also eine Kasse. Hätte ich auch. Falls du Eintritt nehmen möchtest für dein Schiff. Ein Holzbett. Ein Holzstuhl. Ein Tisch. Ein Kommode. Und ein Setzling. Einfach ein Wurzelnix. Das ist ja auch ein Trick, wie man das schneller da reinpackt. Ich glaube nicht. So, solange du hier noch baust, baue ich mal auf meinem Schiff auch was. Mach das. Jetzt bin ich hier, wie ich hier treffe. Wieso bin ich jetzt bei dir? Guten Tag! Du bist aber schnell! Ja. So einfach geht das. Ah, dann bin ich bei mir. So. Oh! Lebendige Wurzel! Aha, interessant, was es nicht alles gibt. Und das ist jetzt nicht, das ist Saat. Saat brauche ich gerade nicht, das muss aber in die andere Kiste, da war Saat drin. Möhre, genau da oben bitte hin. Ja, da ist er, da ist mein Schwert. Da musst du dann hier setzen, da muss wieder die Kiste hier hoch. Wie komm ich denn in die Kiste rein? Du setzt drüben hin und machst die, ähm, gehst da in die Kiste rein und eh. Und überlässt die Türen auf dem Handy und spielen. Ah, okay, danke. Und dann kann die auch sein, hat der auch mal im Fernseher. Was? Ja, es ist richtig. Nein. Bitch. Ihr könnt ja auch ein Radio hinstellen. Die will nur irgendwas im Doodeln haben. Ein Stuhl. Eine Stühle mag ich auch nicht. Ein Tisch. Ein Setzling. Ohrzaun kann ich auch hin. Tierstatus. A, T, K, D, E, F, H, P. Achso, HP verstehe ich ja. Die Zelte können hier mal ran. So. Ich hab noch einen Stuhl. Ich hab ein paar, äh, zehn. Oh Gott, ich hab, wie viele Setzlinge? Hm. Also wir können auf jeden Fall Bäume anbauen. Ja, ich auch. Ich, diese Katze. Lagerfeuer, die Holzkisten lass ich mal. Da könnte man vielleicht theoretisch auch ein paar Lagerungskisten hier auf dem, ähm, Planeten erst mal hinbringen. So. Fenstergitter brauch ich nicht. Was ist mit mir? Fenstergitter. Stein, Plattform. Fenstergitter. Fenstergitter. Meine Kisten werden schon wieder voll. Das gibt's nicht. Hm. Was hab ich hier? Schwert. Ein Seil. Eine Signalfackel. Manipulator-Modul. Manipulator? Ja. Manipulator-Modul. Und ein Necrolix. Tolonsleiter. Was ist denn das? Ach, das ist ein Hammer. Okay. Kann man da nicht einfach Hammer hin? Ach, ne Axt. Oh. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Axt. Hm. So. Rotes Blütenblatt. Lebendige Wurzel. Gelbes Blütenblatt. Ich glaub, das packe ich mal hier in meine Kommode rein. In die Kommode? Du hast eine Kommode? Ich hab eine Kommode, weil ich ja, weil wir sind ja die Abbau, GmbH und Co. KG. Äh. Ich hab noch von dir die ganzen Möbel geklaut. Das letzte Mal. Ich klaut Möbel. Ich hab nur Zelte und Lampen geklaut. Ich habe zwei Kernfragmente bis jetzt. Ich hab eine Tech-Karte. Was hab ich denn hier? Golderz. Das ne, was ich alles mache. Ich hab ein Tech-Lucky-Hard-Cutter. Okay. Schaden pro Schlag 3,8. Schaden pro Schlag 6. Ne, ne. Da behalte ich mein Zweihandschwert. Dann hab ich ein Manipulator-Modul. Ich pack die Sitzlinge mal hier mit rein. Und ich hab 20 Wurf-Pfeile. Ah. So. Ich komm dann erst mal wieder zu dir. Die lässt mir aber auch immer in die Maustaste rein. Oder in den Maus-Pfeil. Das Kupfernerz kann ich auch erst mal hier lassen. Das Eisenerz kann ich erst mal hier lassen. Das braucht man ja alles hier oben, aber. Na, die Erze hab ich erst mal mitgenommen fürs Craften. Vielleicht auf der, auf dem Planeten. Okay. Wenn man da Craften kann. Ich nehm's auch erstmal nicht. Na, Craften konnten wir doch das letzte Mal auch. So eine Fackel oder so. Stimmt. Blütenblätter nehmen lass ich hier. Irgendwohl Fasern, Leder lass ich hier. Obwohl brauch kann ich Leder mitnehmen. Ich hab doch die Öllampen ja irgendwo gehabt. Die packe ich ernst. Ja, das braucht man. Die müssen wir sammeln. Okay. Und hast du schon ne Ahnung, wo wir die finden? Ich hab den Typen getötet. Vielleicht ist er auch wieder da. Ich hab den ja das letzte Mal getötet, der uns helfen konnte. Pflanzenfasern, die lass ich auch. Ja, dann nehm ich auch mit. Guck mal meine Axt. Guck mal meine Axt. Ja, du hast Langeweile. Meine Katze kriegt noch Angst vor dir. Guck mal, ich hab hier ein wunderschönes Türmchen mit Kisten. Ja, sehr gut. Wann? Um vier? Gut, dann sag ihm Bescheid. Um vier passt dann bei mir auch. Woher ist schlecht? Du, du kommst heute noch klar, oder? Nein. Oh, ich musste dann mir schon wieder downloaden. Ich hab vergessen, auf Reck zu drücken. Naja. Gut, wir können dann. Aber bei mir geht's mit dem Nachhängen. Das ist eigentlich nicht so wirklich. Mir ist es nur bei Dings aufgepasst. Bei Dings aufgepasst. Oh, mein Deutsch. Äh, bei Safety ist aufgefallen. Achso. Wie geht nochmal runter, Beam? Auf runter, Beam? Eh. Eh. Nein, das ist von uns. Das hast du bei Weihnachten mal gekriegt. Das lag im Schubfach. Ich geh jetzt einfach auf runter, Beam, ja? Ja. Ich bin schon auf dem Weg. Ah. Bis zum nächsten Mal.